Glück, im Glück schwimmen, Glück, Glück, Glück und untergehen. Ist der Boden zäh, wirklich tief genug, um alle deine Tränen zu fassen? Warum haben die Elefanten ihre Friedhöfe verlassen? Seit der Krügerrand praktisch wertlos ist, weil mit Antilopenhorn gestreckt wird, haben die während der Fußball-WM in Berlin pauschal die Haftzeit halbiert. Du hattest drei Schwestern, waren allesamt Kerle, verstehst du, was ich's meine? Deine Mutter hatte drei Schlaganfälle, dein Vater drei Raucherbeine. Und Großwetter hattest du keine, wie haben sie im Krieg zusammengeschossen? Wie viele Tränen sind seitdem in den Bodensee geflossen? Wenn sie gesäunen weinen, brechen sie sich keinen Zacken aus der Krone. Selbst die Tränensäcke von Stefan Derrick waren ja schon erogene Zonen. Und Harry Klein mit seinen traurigen Grübchen, die kamen doch wohl kaum vom Lachen. Kein Verlierer wird sich, nein, nicht einmal ich, über Siegesäulen lustig machen. Es war nachts um drei, als wir uns auf dem Bahnhof Friedrichstraße trafen. Er prallte damit, er habe grad eben mit einer Jungfrau geschlafen. Eine Holländerin aus den Niederlanden, blond gelockt, süße 17 Jahre. Und ob diese S-Bahn nach Hohenschönhausen oder nach Plötzenseefahre. Und ob Kuxen eigentlich blöd macht, das fragte er mich danach außerdem. Wir rauchten ne Kippe am Bahnsteig, das war neuerdings zwar auch illegal. Doch wer Jungfrau und Fick, dem ist nicht Raucherschutz, ja sowas von völlig egal. Und wenn Siegesäulen weinen, brechen Sie sich keinen Zacken aus der Krone. Selbst die Tränensäcke von Stefan Derrick waren ja schon erogene Zonen. Und Harry Klein mit seinen traurigen Grübchen, die kamen doch wohl kaum vom Lachen. Kein Verlierer wird sich, nein, nicht einmal ich, über Siegesäulen lustig machen. Doch wenn Siegesäulen weinen, ja dann können Sie einen manchmal selbst zum Weinen bringen. Sie bräuchten dafür nicht jede Aura von Angst, um einen dazu zu zwingen. Und manch ein Verlierer wird die Niederlage gar aus freien Stücken wählen. Würden Siegesäulen einfach frei von der Leber, von Ihren Verletzungen erzählen. Und manch ein Verlierer wird die Niederlage gar ausbreiten.